Mein Name ist Christian Elsässer, Junior-Chef der Firma Parkett Elsässer. Also wir verlegen Parkett, Teppichböden, Laminat, Designbelege, auch Weichmacher frei. Hauptsächlich wird der Parkett durch uns verlegt. Es gibt Produkte, die der Kunde auch selbst verlegen kann, aber eine Fachverlegung wäre doch anzuraten. Also wir würden auch kleinere Flächen verlegen, kleinere Flächen schleifen. Wir haben das volle Leistungsprogramm, alles was den Boden betrifft. Das vorbereiten müssten Sie als Kunde bei uns gar nichts, das würden wir alles übernehmen. Wenn es nötig ist, würden wir die Wohnung zum Beispiel abkleben, Möbel abdecken. Im Notfall würde die Wohnung auch gereinigt werden hinterher. Unsere Maschinen haben eine sehr gute Staubabsaugung, was wiederum bedeutet, dass sie eine sehr saubere Wohnung nach der Arbeit noch haben. Wir haben auch Produkte im Angebot, die für den Kleingeldbeutel erhältlich sind. Also zum Beispiel Laminat, Teppich, Designbelege, auch Parkett. Das ist kein Holz, das ist ein Designboden, das sind sogenannte Vinylböden, die es zur verklebten Verlegung gibt oder auch zur Klickverlegung. Hier haben wir einen Laminatboden in verschiedenen Holzoptiken. Sie bringen zum Beispiel eine Eiche-Optik in eine Eiche-Dunkel. Hier haben Sie zum Beispiel ein Laminat in einer sehr hellen Eiche-Optik, weiß gekalkt nennt man das. Hier haben wir ein Parkett, also Echtholz, also ein Fertigparkett, zwei Schichten mit einem Echtholz-Furnier. Eine schöne Eiche-Diele, ein kleiner Einstab. Die Reinigung ist in der Regel eine relativ einfache Sache. Es gibt ein paar kleine Tipps, die man beachten sollte. Bei einem Holzboden nicht zu viel Feuchtigkeit, man sagt nebelfeucht wischen. Wichtig sind auch die geeigneten Reinigungsmittel zu verwenden, was auch bedeutet zum Beispiel bei einem geölten Bode keine scharfen Reiniger, nur rückfettende Produkte. Also Reinigungsmittel sollten generell im Fachhandel gekauft werden, weil nur da ist man sicher, damit auch das richtige Produkt zur Verfügung steht. Also unser Name ist die Firma Parkett Elsässer. Wir sind ansässig in Rauenberg, Ortsteil Malchenberg. Unsere Telefonnummer ist die 07253 25210. Im Internet sind wir erreichbar unter www.parkett-elsässer.de Meine lieben Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Wenn Sie Probleme haben mit Ihrem neuen oder alten Parkett, würde ich mich über jeden Anruf freuen. Wir helfen Ihnen gerne.